Das Hotel Coca liegt in Playa del Ingles in Gran Canaria. 44% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 65 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,8 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnähe, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,6 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogrammen. Bewertet werden diese mit 4,1 von 6 Sonnen. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 3,8 von 6 Sonnen. Zimmer Die Zimmer des Hotels sind akzeptabel. Sie werden mit 3,4 und 6 Sonnen bewertet. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,3 von 6 Sonnen. Gastronomie Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,3 von 6 Sonnen hat es gereicht. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.